Heute nehme ich sie mit in meine Kinder- und Jugendzeit. Schon damals war ich ein Freund verschiedener Bau- und Experimentierkästen. Vor allem die Kosmoslinie hatte es mir angetan. Und so stehen noch heute in meinen Regalen viele der damaligen Baukästen. Einige davon habe ich schon wieder verkauft, aber die Grundkästen von Kosmos sind meist noch vorhanden. Nun zeige ich Ihnen hier keine Vorstellung eines Radio- oder Elektronikkastens, sondern ich stelle den Technikbaukasten Technikus vor. Leider kann ich nicht genau bestimmen, wann dieser Kasten in Verkauf war. Das Handbuch ist in der 15. Auflage. Ich nehme an, mein Technikus ist aus den 70er Jahren. Und gleich schlage ich die letzten Seiten im Handbuch auf. Da ist dann die Bauanleitung zu der berühmten Kosmos Dampfmaschine. Zum ersten Testaufbau brauche ich die folgenden Teile. Grundplatte, Pfeifenrohr, Ständerklammer, Ständerstab und Aluminiumkonten. Die Aluminiumflasche als Dampfkessel wird mit zwei gewinkelten Stiften und einem Spannband festgehalten. Dazu kommen noch durchbohrte Stopfen, Glasrohre in verschiedener Ausführung und der Gummischlauch. Zum Aufheizen des Wassers wird die Spirituslamme benutzt. Ich habe den Versuch nach folgendem Bild zusammengebaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bei diesem ersten Versuch muss man darauf achten, dass die mittleren Bohrungen im Stopfen von den Glasröhrchen abgedichtet werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Gesendem Musik Musik Nun wird der Dampfkessel gefüllt und das Wasser erhitzt. Durch Öffnen und Schließen des Ablassschlauchs lässt sich der Kolben im Zylinder bewegen. Es war etwas zu viel Wasser im Dampfkessel und auch sonst war der Aufbau nicht die beste Lösung. Der Ständerstab bewegte sich in der Bodenplatte und der Dampfschlauch hinderte den Kolben am richtigen Aufsteigen. Aber der Versuch funktionierte. Und damit die Dampfmaschine nun richtig arbeitet, musste ich eine selbsttätige Dampflenkung einbauen. Diese Dampflenkung ist im Handbuch sehr gut beschrieben und durch eine klare Zeichnung erläutert. Auch der Umbau geht einfach mit den folgenden Teilen. Eine Metallscheibe mit einer Schnurwille, die Dampfmaschinenwelle mit dem Lager, den Bügel und einer großen Und die Dampfmaschinenwelle mit der Dampfmaschinenwelle mit der Dampfmaschinen. Der Zusammenbau ist im Handbuch sehr gut beschrieben. Aufpassen muss man nur, dass die Abflagung am Lager genau in die Nut an der Metallscheibe passt. Das ist das ganze Dampfmaschinenwelle mit der Dampfmaschinenwelle mit der Dampfmaschinenwelle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nun nur noch den Bügel mit dem Kolben verbinden und in die Räder einklammern. Fertig ist die Dampfmaschine. Schade ist nur, dass die Maschine nicht selbst anlaufen kann und man sie immer erst anwerfen muss. Bis zum nächsten Mal. Meine Dampfmaschine läuft nun wie eine Dampfmaschine. Und ich bin sicher, ich habe nun wieder das gleiche Glücksgefühl wie bei meinem ersten Versuch noch vor vielen, vielen Jahren als junger Bub. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann abonnieren Sie doch einfach meinen Kanal oder gib mir einen Daumen hoch. Tschüss und Salü aus dem Saarland. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.